Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Testimonials sprechen. Was das ist und wie du da rankommst, das erfährst du gleich. Viel Spaß schon mal, lass uns ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Nico Becker und ich habe heute wieder den Saad Schramo an meine Seite geholt. Wir werden heute über das Thema Testimonials sprechen. Was ist das Ganze und wie funktioniert das Thema? Ist gar nicht ganz einfach erklärt. Ein Testimonial ist eine Kundenstimme, die du quasi von einem deiner Kunden bekommen hast. Du hast es vielleicht schon mal gesehen, bei uns auf der Homepage haben wir davon einige Videos hochgeladen. Es geht einfach nur darum, dass du quasi dir Zeugen für deine Dienstleistung holst. Das ist eine Sache, die ich ganz ganz oft unseren Kunden im Gespräch einfach mitgebe. Du musst es dir so vorstellen, hier arbeiten jetzt 50 Leute ungefähr bei der A&M und ich kann natürlich jeden hier fragen. Jeder von denen wird sagen, A&M ist wahrscheinlich ein guter Arbeitgeber. So, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Jetzt ist es so, wenn ich dir das sage, hey ich habe hier den und den, der arbeitet bei der A&M, der sagt, die A&M ist ein guter Arbeitgeber. Dann wird er sagen, ja ist ja klar, deswegen arbeitet die Person ja auch da. Also das ist dann, man geht davon aus. So und so ist es auch mit deinen Produkten. Wenn ich mir irgendjemanden von der Straße hole und sage, oder die Person sagt dir, hey der A&M ist ein guter Arbeitgeber. Dann wirst du darüber nachdenken, Mensch da müsste ja vielleicht was dran sein, weil die Person hat jetzt gar nichts davon, das zu sagen. Und wenn ich statt dieser einen Person mir noch 10, 20, 30, 100 andere Leute hole, dann wirst du immer mehr davon überzeugt sein, dass das auch so ist. So und es ist das Gleiche mit deiner Dienstleistung. Marketing ist, ich will jetzt nicht sagen inflationär geworden, aber es ist einfach so, dass jetzt viele Sachen schon relativ ausgereizt sind. Du kannst Zeitungsanzeigen machen, du kannst natürlich auch Online-Marketing-Anzeigen machen. Wenn die nicht besonders gut kreativ oder ausgefallen sind oder wenn das Targeting nicht besonders gut ist, also wenn du es quasi alleine machst, dann ist es relativ schwierig, damit voranzukommen, einfach falls Agenturen wie uns gibt, die das halt mit 600 Partnern machen und ganz, ganz viel gleichzeitig testen einfach auch können und da einfach viel schneller vorankommen. Das heißt, wenn du in solchen Fällen noch erfolgreich sein möchtest, wenn du dich abheben willst, dann sind solche Sachen wie Kundenstimmen einfach eine wunderbare Geschichte, weil du nimmst hier einen Kunden von dir, du setzt ihn meinetwegen vor eine Kamera, genauso wie wir uns jetzt auch vor eine Kamera gesetzt haben und der erzählt einfach ganz kurz hier, ich bin Kunde bei Maya Müller, Terrassendächer. Wir haben das und das Projekt dann und dann geplant. Damit waren wir super zufrieden. Kannst du dir letzten Endes ein Beispiel anschauen bei uns auf der Homepage, da haben wir das wie gesagt ganz, ganz häufig gemacht. Und schon hast du so ein Video, du brauchst auch gar kein Kamerateam, du brauchst auch gar keinen Kameramann. Du kannst es auch von mir aus am Anfang mit dem Handy aufnehmen, haben wir auch viele Kunden, die das schon gemacht haben. Und wir können sowas letzten Endes im Marketing wunderbar verwenden. Ja. Das ist eine gute Überleitung, also Marketing verwenden. Also es ist ziemlich breit gefächert, wie man diese Videos nutzen kann. Ich kenne einen unserer Partner, der immer nach einem Gespräch, also nach einer Verhandlung oder Preisverhandlung, schickt er dieses Video direkt per Mail im Anfluss, damit er beim Kunden Vertrauen aufbauen kann. Wie Nico schon gesagt hat, wir haben ja das Beispiel auf unserer Homepage, damit neue Kunden oder neue Leute, die das sehen, auch Vertrauen in uns wecken. Dasselbe gilt aber auch noch, du kannst es auf deinem Social Media Bereich komplett nutzen. In der Kaltwerbung, im Retargeting. Das heißt, dass die Leute, die vielleicht schon mal irgendwie mit dir in Berührung kamen, noch mal auf einer zweiten Stufe abgeholt werden und da auch noch mal Vertrauen geschafft wird. Man kann eine eigene Karriere-Seite machen, nur mit Kundenstimmen eigener Mitarbeiter. Du hast das bestimmt, wenn du uns mal auf TikTok oder Instagram besuchst, dann siehst du auch fast alle Mitarbeiter hier, die so ein kleines Reel haben. Also, wie man das im Marketing einsetzt, das ist so breit gefächert, also auch über verschiedene Kanäle. Das ist halt, was wir halt in der Kampagne mal gemacht haben. Wir hatten ja mal eine Plakatwerbung an der Bahnstation, kannst du dich noch erinnern, oder? Und dann haben wir das halt so ausgeschlachtet, dass wir uns da vorgestellt haben, Videos aufgenommen haben, die dann erstmal bei allen bei Facebook ankamen. Wer uns da gesehen hat, der sollte uns auf YouTube noch mal sehen und am Ende wieder bei Instagram. Also, man kann so ein Ratschspiel machen und am Ende ist es halt so, du schaffst dein Vertrauen und verbindest wahrscheinlich auch diese Person mit dieser Firma. Ja, und diese positive Energie geht dann halt rüber. Du schaffst dir halt selber Steilvorlagen zum Verkaufen. Ja, wunderbare Überleitung. Auf jeden Fall merkst du, das Thema ist wichtig. Es ist einfach ein Asset, was du für dein Unternehmen aufbauen kannst, was du auch noch fünf oder zehn Jahre später nutzen kannst. Gerade wenn du eine Dienstleistung hast, wo du jetzt vielleicht auch Versprechen in Anführungsstrichen gibst, wie bei einer Photovoltaikanlage. Dann kann die Person in dem Video direkt ein Rechenbeispiel machen und sagt, okay, nach zehn Jahren wird sich das für mich hier rentiert haben zum Beispiel. Und ja, deswegen gehe das Thema auf jeden Fall an. Ganz wichtig, wenn du Hilfe bei der Umsetzung brauchst, also gerade das Thema, welche Fragen stelle ich meinem Kunden, damit das Video gut wird. Und wie finde ich vielleicht auch einen guten Dienstleister, der es für mich machen kann, wenn du es möchtest. Dann komm gerne auf uns zu. Ja, wir können dir da auf jeden Fall in dem Fall weiterhelfen. Schreib uns hier Kommentare dazu oder besuch unsere Webseite. Da hast du auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten danke ich dir schon mal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder.